Moin Leute! 99. Folge Anno 1800 heute hier auf meinem Kanal. Schön dass ihr wieder reinschaltet und mal gucken wollt, wie weit wir noch aufrüsten. Also heute steht nur aufrüsten auf dem Plan. Möglichst... meins gewesen? Ich hoffe nicht. Möglichst viele Schiffe wollen wir haben, damit wir dann in Folge 100 nochmal ein bisschen Terror machen können. Folge 100, ja ich glaube, wir werden das demnächst als Livestream machen. Kann sein, dass es der Anno 1800 Abschluss wird, kann aber auch sein, dass wir einfach nochmal ein Livestream machen und danach noch ein paar folgen. Das kommt so ein bisschen nach Lust und Laune drauf an. Da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Das kommt halt echt drauf an, wie es dann gerade so, wie es gerade so Spaß macht. Jetzt wo wir wieder so viele Einflusspunkte haben und auch ganz gut einkaufen scheinbar, macht das natürlich wieder ein bisschen mehr Laune. Ich meine, wir haben natürlich auch die Grundversorgung gesetzt. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht, dass wir alle schlecht gemacht haben. Wir wollen halt weiter ärgern, ne? Das ist klar. Oh, der kann eigentlich gleich hier bleiben. Erstmal reparieren. Ja, die kriegen wir nicht. Weiterfahren. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. So, es dürfte reichen. Ja, dann ist es auch wieder hervorragend, dass wir das erledigt haben für sie. Das müssen wir hochziehen und da ist jetzt auch fast heile. Ah, der kommt aber trotzdem vorbei, ne? Den kriegen wir nicht. Aber wir kriegen gleich die nächste Chance. Da reicht auch nicht. Da fangen wir hier noch zu wenig Schiffe, aber gut, das reicht auch nicht. Das nächste ist heile. Geht mit in... Geht mit rein und jetzt ist auch die Überlegung, hier müssten wir doch eigentlich auch mittlerweile so gut wie durch sein mit der Reparatur. Mit den beiden großen Schiffen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kriegen wir hier am besten eine Heile darüber. Ich denke, hier zwischen irgendwie, ne? Ich bin ja auch in der Ver体制ion. Ich bin ja schon mal und dann habe ich noch mehr dabei. So, ich bin ja auch in der anderen Seite. Oh, der muss weg. Schön in die Falle getappt. Das ist ein Fuchs? Brauchen wir nicht. Noch ein bisschen Pelz. Das sind beides Handelsschiffe hier, da haben wir nichts mitzukriegen. Das Schiff ist auch bald fertig, dauert noch ein bisschen, da ist eben ein Feuer ausgebrochen. Oh, ist hier denn explodiert? Die ist aktuell nicht mehr belebt, ist auch in Ordnung. Und hier haben wir einfach das Problem glaube ich, dass zu viel Brot da war. Aber ansonsten finde ich trotzdem, dass es hier auch in der neuen Welt so aussieht. Das hätten wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Gehen wir jetzt einmal so rüber. Da wollen wir mit den drei auch mal wieder irgendwie für Aufruhr sorgen. Sind auch nicht mehr so viele Schiffe hier, das muss man schon sagen. Wir haben ja sogar mittlerweile ein paar Punkte übrig, dass wir uns Inseln gönnen können. Das dauert aber noch ein bisschen, also hier graden wir natürlich weiter ab. Müssen wir mal gucken, hier haben wir die beiden Schiffe gerade stehen. Die sollen jetzt mit zu den anderen. Weil hier kommt gar keiner mehr durch dann so ungefähr, das wird eine totale Blockade. Okay, das ist weg. Ach der Fuchs. Ich weiß nicht, ob wir mit denen noch irgendwie, oder sollen wir da versuchen mit dem Schiff tatsächlich durchzuheizen. Der Clibber hier. Ich biete Ihnen wie immer meine Beschäftigungsreichweite ein bisschen mehr. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir über den Dammtrefferpunkte. Ja doch, das würde ich heute nochmal kaufen. Zwei Platz haben wir. 10% mehr Bewegung und meinetwegen den hier für das andere dann da. Und die kaufen? Echt eher so ein hier, ne? 27.000. Also den hier kriege ich beim besten Willen nicht mehr repariert. Ich habe keine Ahnung warum. Also da tut sich nix. Seit Ewigkeiten repariert sich da nix. Oh nein. Einsatz verpasst. Gut, den kriegen wir nicht mehr. Den hier werden wir aber kriegen, ne? Und auch den Tanker dahinter. Den haben wir auch weg. So, was gibt es noch schönes? Oh, Eisenbahn wieder. Da kommt ja auch nicht mehr durch. Ich kann ja schon mal alles rüberfahren. Und bei dem laden wir ab. Und dann geht es auch wieder raus hier. Das klappt auch schon mal ganz gut. Hier kommt nix mehr durch von dem. Das ist der totale Pokal auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal bei dem ein bisschen Unruhe stiften hier, ne? Das machen wir aber ganz gut, denke ich. So handelt der Holz. Nice. Kriegsschiff Nummer 2. Kriegsschiff Nummer 1. Kriegsschiff Nummer 1. Ja, das machen wir. Kauf dir ruhig. Das macht nix. Unser Hauptinsel. Oh, ein Konkurrent wurde vernichtet. Auch nicht schlecht. weit. Somit bekówst. wir haben ja alles weg das sind richtig krasse verlust jetzt so macht es auch spaß die leute alles einsammeln kostet ein bisschen zeit aber gut da haben wir jetzt hier haben wir genug aber den machen wir erst mal schnell leer gibt jetzt werden aufstand alte kauf auch sonst gleich der ganze land ein bisschen näher rangehen die leute freuen sie doch immer warum hat das nur für kriegsschiffe haben wir so viel zum sammeln verbrauchen wir aktuell nicht dynamit 38 alter cooles ding noch mal dynamit und vor allem geschütztürme da fehlen uns ein bisschen eisenträger kann man die mal auf einkauf stellen die eisenträger geld ist ja überhaupt gar nicht mehr das problem das ist wie am laufenden schnürchen produzieren jetzt kriegsschiffe für noch eine größere flotte damit wir nachher hier vollgas geben und gegen diese insel hier kämpfen wahrscheinlich auch die warten auch nur darauf dass sie wieder loslegen können also ich denke die 100 zur folge 100 stream was auch immer das kann auch mal ein bisschen action werden aber du noch nicht du hast ein erst mal weg bringen der piraten mit auch mit lassen wir kurz reparieren denn ich würde natürlich zu gerne noch bessere items kriegen na warte mal der kann dann ins kriegsschiff und dann würde ich eigentlich schon versuchen von denen da einfach mal hinzukriegen ganz so schwierig kann es doch eigentlich mehr werden und kommen hier durch oder also erstmal hierhin dann gucken wir nochmal ob wir noch mehr tolle sachen kaufen können auch meinetwegen für standard schiffe acht millionen haben wir nämlich also bewegungsgeschwindigkeit angriffsreichweite bewegungsgeschwindigkeit und den können wir kaufen ach doch so den den und alles mit dem siegel der königin was gibt es noch nochmal angriffsreichweite bewegungsgeschwindigkeit dampfschiffe motor bewegungsgeschwindigkeit dampfschiffe unterhaltskosten mehr nö nö würfel wir nochmal neu schaden verlangsamung treffer punkte das ist nice das ist doch auch jetzt alles im falschen schiff schneller und noch langsamer damit wenn wir den erstmal raus eigentlich noch irgendwas schnelleres bewegungsgeschwindigkeit 20 ich hoffe einfach erstmal alles mögliche ein dann müssen wir gucken wie wir das nutzen können zwei plätze hätten wir noch also nehmen wir auch diesen jetzt mit einen haben wir noch fünf angriffsreicher besser ist nix oder auch und 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 Was ist der Kieler schon wieder da, das? So, die müssen erstmal wieder hier hin, der muss noch leer gemacht werden. Das wird auf jeden Fall eine richtige krasse Flotte, die wir hier zusammen stellen. Und hier müssen wir gucken, da ist noch, ne der hat ja gar nicht mehr, der kann höchstens darüber gepackt werden. Der hat auch was mit, muss also auch was abgegeben werden. Und wir müssen mal gucken, ob wir nicht hier noch ein bisschen erweitern können, den Hafen. Aber für noch ein bisschen mehr Sachkapazitäten. In der Dynamikfabrik. So, und Schlagkreuzer können wir wieder bauen. Und ich denke auch, dass hier eigentlich jeden Moment, ok, dauert tatsächlich noch ein bisschen länger. Ja, jetzt kann man noch was abgeben, ne, jetzt haben wir erweitert. Dann geht's hier wieder zurück. Die drei fahren hier zurück. Eigentlich haben wir ja so viele Schiffe hier am Start, ne. So, 33 Punkte haben wir noch. Die wir natürlich auch zum größten Teil ausnutzen wollen. Die Schiffe so weit wie möglich kriegen halt noch ein bisschen Verbesserung, Angriffsreichweiten oder was auch immer. Meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir ein Schiff hinkriegen, was so viel Angriffsreichweiten hat, dass, ähm, das reicht, um diese Geschütztürme wegzuballern, ohne selbst in Gefahr zu kommen. Na, hier sammelt er gerade seine Schiffe. Da ist irgendwie gerade ein bisschen totale Blockade. Also ich glaube, er hat zu kämpfen, muss man sagen. Aber so soll's ja auch sein, ne. Das war ja genau das, was wir auch wollten. Den stärksten Gegner jetzt einmal Mühe bemachen und im Zweifel auch erledigen. Wird natürlich nur gehen, wenn wir irgendwie ohne N Investorenpunkte hätten, aber so viel haben wir davon natürlich auch nicht. Ja, das fehlt wahrscheinlich gerade, weil wir das Schiff bauen oder so, ne. Aber sehr schön, wir haben tatsächlich noch mal per Investor noch mehr gekriegt. Das ist schon erstmal gut so. Damit haben wir 39 Einflusspunkte, äh, für die nächste Runde, für den hunderten Live-Stream. Das heißt, wie gesagt, schifftechnisch ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir werden versuchen, und das werden wir mit Sicherheit auch schaffen, und hier diese beiden einmal in Sicherheit zu unseren ganzen anderen Schiffen zu bringen. sind sie wirklich bereit zu tun? Ist das eine Erklärung, Forderung? Ja, das haben wir erstmal, ne. Hier noch ein weiteres Kriegsschiff, nochmal irgendwie zwei von denen. Und ich glaube, das ist also eine Flotte, mit der man solche Inseln hier auch platt machen kann. Wie hier drüben. Wie hier drüben. Wie hier drüben. Wie hier drüben. Und ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr da. die wo wir sagen da ist nichts mehr zu tun dann sammeln wir schon mal hier drüben weil einige sind ja tatsächlich schon komplett voll da brauchen wir ja auch nichts mehr machen bei dem würde ich noch eine andere reichweite verpassen wollen hier wird gebaut hier wird auch noch gebaut aber wird also direkt dann auch bald vom stapel gelassen dann bauen wir da vielleicht noch einen weiteren und dann sind wir doch da auch zufrieden ne allianz habe ich auch noch mal ruhig alleine das schon mal jetzt mittlerweile ist ja egal aber tut ja nicht nur nur 35 angriffsreichweite 10 punkte 30 da kann ja auch nur auf den eigentlichen dann könnte man ist es austauschen das ist richtig ein versorgungsschiff hier ne das glaube ich machen wir beim nächsten mal komplett durchtauschen so weit wie es geht muss man echt sehen was wir da hinten tauschen der kriegt ein bisschen mehr angriffsreichweite und vielleicht noch ein bisschen mehr hiervon da traut sich tatsächlich ein schiff durch grad hier in ruhe rüsten wollen ne ne so ist es nicht das sind fünf items also da könnte was gutes bei sein dann gehen wir mit dem aber panzer um oder eben diesen besseren dampfmotor am ersten so dann ist er auch fertig ich muss wieder ein schiff vom stapel gelaufen ach wir werden viel zu lang wir werden ja noch ein live zu machen denn auf jeden fall ich danke euch fürs zuschauen wir uns gefallen hat das gerne leicht ein like dann würde mich natürlich was das denn ein torpedo wird nach gebrauch zerstört ich glaube der handelt tatsächlich offiziell so ein bisschen mehr angriffsreichweite immer schaden reparatur so ein bisschen mehr geschwindigkeit wir brauchen nicht dann macht glaub ich keinen sinn in dem ein bisschen schutz auch fertig ja damals eigentlich nur so das kann ja auch schon macht schon gar keinen sinn mehr auffällig durch der so ein bisschen reichweite war dazu er ist früh mit dem selbstrapportur brauchen wir schon nicht mehr da kann ich damit rüber ist nämlich auch voll man muss die ganze zeit hier hin und her fahren dann die ganze beute immer wegbringen was das schon wieder nicht mehr und ich komme nicht voran aber die leute das hier ist ein jeden fall eine schlagfertige flotte meiner meinung nach und er kann jetzt hier noch hin weg der ist fertig seine fette so der falsche flacke hier das ist das traut sich zumindest was kommt auch damit durch heute so weit unten standen steuermann steuermann Ja, gut liebe Leute, die letzte Folge Vor der 100 ist auf jeden Fall auch nochmal ziemlich lang geworden Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht Lasst gerne einen Like da und einen Kommentar, wenn ihr Bock habt Und natürlich werden wir beim nächsten Mal hier weiter für Action sorgen Und wir haben dann auf jeden Fall nochmal ein weiteres Kriegsschiff Wir müssen natürlich gucken, dass wir das vielleicht auch noch irgendwie verbessert kriegen Und dann ist natürlich sowieso safe Dass hier eigentlich gar keiner mehr durchkommt So sieht das nämlich dann aus So, den müssen wir ein bisschen wegnehmen Dafür sollte der noch hier hin, der kann ja noch was kriegen Weil die, ja genau, die beiden treffen sich mal hier Die beiden treffen sich hier Zumindest jeder ein bisschen was hat Na, ansonsten wie gesagt, müssen wir mit der Angriffsreichweite echt nochmal gucken Würde mich schon interessieren, ob wir damit so ein bisschen spielen können Unter dem Zweifel einfach noch ein bisschen mehr holen Na gut, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.